Bei CityScanland 2 gibt es neue Infos und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen bewerte den Part und viel Spaß! Ich meine, jeder der das Spiel besitzt oder auch nicht, der kann einfach auf die Steam-Seite gehen und das hier sich durchlesen und dann ist er auch auf dem neuesten Stand. Ich möchte darauf aber noch ein bisschen eingehen und nochmal erklären, worum es da eigentlich geht. Prinzipiell geht es darum, dass das Ganze ein bisschen transparenter abläuft, weil viele warten ja auf neue Inhalte, ich auch by the way. Und deswegen war diese Veröffentlichung da, damit man weiß, wo dran gearbeitet wird, was demnächst ansteht und wo die Reise hingeht. Es wurden auch Urban Promenades und Modern Architecture erwähnt. Das sind zwei Creator-Packs, die von ihren Erstellern auch abgeschlossen wurden und die sollen jetzt in Q4 veröffentlicht werden. Also ab Oktober bis Dezember ist ja Quartal 4 und da sollen irgendwann rauskommen. Ich tippe mal nicht auf Oktober, ich glaube auch nicht im November, ich tippe mal so auf Dezember, kommen die Dinger raus. Weil bis dahin sollen auch noch ein paar Patches rauskommen, unter anderem auch der Asset-Editor, weil der ist wohl maßgeblich und auch wichtig für diese beiden Packs. Und damit da alles funktioniert, wollen die erstmal das Basisspiel auf diesen Stand bringen und dann geht es weiter mit diesen, ich denke mal, kostenlosen Inhalten. Weil das erste Bezahl-DLC wird Bridge & Port sein, das ist das hier. Genau, Q2 2025. Also das dauert wirklich noch, aber die haben auch geschrieben, die möchten sich erstmal auf das Basisspiel weiter konzentrieren, bevor der Fokus auf kostenpflichtige Inhalte gelegt wird. Was ich vollkommen in Ordnung finde. Die Community mit dem Zustand des Spiels zufriedenzustellen und sobald das erreicht ist, kommen die kostenpflichtigen Inhalte raus. Also unterm Schnitt eigentlich, das Spiel kam ein bisschen zu früh raus und die hätten mit dem ganzen Ding noch ein bisschen warten sollen. Aber das ist ja nicht nur Colossal Order Schuld, sondern auch zum Teil Paradox Interactive, also der Publisher darüber und ja, anderes Thema, glaube ich. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf die Neuigkeit. Und es arbeiten wohl mehrere Teams an verschiedenen Funktionen, also ein Team an dem Asset-Editor, ein Team an die Konsolen-Variante und wie gerade erwähnt, der Asset-Editor ist das, was als nächstes reinkommen soll. Zum Asset-Editor stehen auch ein paar technische Sachen bei, zum Beispiel, dass Texturen so gemacht werden, dass der GPU-Speicherverbrauch reduziert wird, damit das Ganze auch ein bisschen besser läuft. Für die Konsole ist noch ein bisschen enttäuschend, dafür gibt es noch keinerlei Infos. Also die Info war die letzte, dass es noch keine Info gibt, wann es rauskommt. Die rechnen damit, dass sie im Oktober ein Release-Datum nennen können für die Konsole. Aber ich denke mal, solange das Spiel nicht weitgehend optimiert ist, kommt für die Konsole nichts raus, ist auch irgendwo besser. Weil ich finde, lieber auf der Konsole ein stabiles Spiel zu haben, als dass man sich da auch wieder ärgert. Und deswegen kann ich es verstehen, dass das Ganze verschoben wird. Hätte man mit dem Hauptspiel auf dem PC auch machen sollen, aber das Ding ist ja jetzt schon draußen. Dann gibt es noch Probleme bei Hotels und Tourismus. Hatte ich auch schon mal in den Kommentaren, dass man nicht weiß, wo die Hotels sind oder wo die Touristen herkommen. Und damit das Ganze ein bisschen übersichtlicher wird, arbeiten die halt auch daran. Ähnlich wie mit den Obdachlosen, das wurde jetzt mittlerweile auch behoben. Dann kommt noch ein Detailers-Patch 2 raus. Das heißt, das Dekorationsmenü war nur der Anfang in Patch 1.1.8.f1. Und es kommt da noch mehr raus, damit man wahrscheinlich noch mehr Assets verwenden kann. Wie man auch schon in meinem Spiel gesehen hat, man kann mit dieser Pipette, was auch eine Modifikation ist, viel mehr Assets picken, als man in der Auswahl hat. Aber allein der Dekorations-Patch, ich weiß nicht, ob mein Let's Play verfolgt, hat sich schon irgendwo gelohnt. Macht auf jeden Fall Spaß, diverse Sachen zu dekorieren und auch mit den Mods zu arbeiten. Und dann geht man hier nochmal auf Bugs und Feedbacks ein. Zum Beispiel, dass dieser Economy-Patch 2.0 zwar vielen Spaß gemacht hat, dass es ein bisschen herausfordernd war, aber vielen auch wiederum nicht, weil es dann irgendwo zu schwer war. Und da arbeiten die halt auch dran, damit das Ganze ein bisschen gebalanceder ist. Ich meine, man kann es nicht jedem recht machen, muss man ganz ehrlich sagen. Und wenn man diese Anfangshürde genommen hat, dann ist das Spiel auch wieder eigentlich fast zu einfach. Also zusammenfassend war das jetzt ein Update zu kommenden Creator-Packs, den Asset-Editor und der Konsolen-Version, wo es jetzt noch nicht wirklich ein Update zu gab. Dann, wo die Reise ungefähr hingeht und dass die Veröffentlichung kostenpflichtiger Inhalte zugunsten der Basisspiel-Updates verschoben wird. Also dieses Bridges and Ports, da freue ich mich auch richtig drauf. Dann kann man endlich mal richtige Häfen bauen mit richtigen Kaimauern und nicht diese Straßen-Kaimauern. Und wie immer, das Team arbeitet intensiv an neuen Funktionen und Fehlerbehebungen. Und jetzt seid ihr dran, eure Meinung in die Kommentare. Wie findet ihr das Spiel mittlerweile und worauf freut ihr euch am meisten? Oder welche Funktion der letzten Monate fandet ihr am besten? Tschüss!